Wir waren zu lange weg. Es wird wieder Zeit. Ich bin Timon und ich bin Ferdinand. Und das ist die Bucke Wunderlich Experience. Wir wollen heute ein bisschen die letzte Woche, die vergangene Woche einmal durchgehen, was dann so an Nachrichten passiert ist. Wir haben uns fünf rausgesucht, die wir besonders interessant fanden. Sag mal, der Veteranentag wird jetzt eingeführt, wurde noch nicht eingeführt, aber ist ziemlich bestimmt. Schimera-Affe, nächste Pandemie, eventuell die Vogelgrippe. Und die Migrationsabkommen und zu guter Letzt die Suizidmedikamente, die vom Staat nicht mehr gewährt werden. Du wolltest Schimera-Affe erklären. Ich habe das nicht so ganz verstanden. Ich bin ehrlich. Ich habe nur angelesen den Artikel. Also der Schimera-Affe, das ist ein riesiger Schritt in der Stammzellforschung. Also es ist wirklich geisteskrank, was daraus passieren kann. Und zwar, weil es wurde ein Affe, ein Javanna-Affen-Baby, wurde mit Stammzellen eines anderen Javanna-Affens quasi injiziert. Und dieser Fötus wurde dann, oder ist herangereift, in einer Affenmutter. Ganz kurz, Stammzellen bedeutet Unbenutzte Zellen? Stammzellen sind Zellen, die sich noch in ganz viele andere Gewebe ausbilden können. Die noch keine Spezifizierung haben. Genau, keine Spezifizierung haben. Und du kannst daraus halt extrem viel machen. So, und die haben jetzt die Stammzellen von einem Affen, also die Stammzellen aus einem Embryo, haben sie injiziert in den Embryo eines anderen. Und dann haben sie das in ein Weibchen implantiert. Daraus entstanden dann zwölf Schwangerschaften bei dieser Affenmutter. Sechs Föten sind lebend quasi entstanden. Und davon hat einer chimäre Eigenschaften aufgezeigt. Chimär bedeutet, dass der neue Embryo jetzt Eigenschaften besitzt von den Stammzellen von dem anderen Affen. Das heißt, man hat quasi die Eigenschaft eines Affen genommen und hat sie in den anderen Affen gepackt. Das ist so, wie wenn ich jetzt sagen würde, okay, Timon ist super schlau und ich nehme jetzt seine Superintelligenz als Beispiel. Oder irgendeine Eigenschaft, die du halt hast. Nein, ich weiß, dass ich in Wirklichkeit nicht so schlau. Und pack sie in einen Fötus beziehungsweise in eine Kultur und die wird dann ausgereift. Damit diese Eigenschaft von dir in einem anderen Menschen dann ist. Das wäre dann chimärer Mensch. Okay, aber das sind neue Affenbabys, richtig? Genau, das ist ein neuer Affenbaby, der daraus entstanden ist. Also mehr wie Klonen dann? Nicht wie Klonen, nein, nicht wie Klonen. Man nimmt Eigenschaften, man kreuzt das quasi. Und was jetzt passiert ist, ist, dass man diese Zellen angefärbt hat, also mit einem Marker, damit man sehen kann, welche Zellen von dem einen Affen in den anderen Affen, den neuen Affen, das Affenbaby, übernommen werden. Weil du willst gucken, ist das jetzt komplett der neue Affe? Also ist der Affe so wie der letzte, so wie ein Klon? Oder wird nur ein Teil übernommen? Und die haben rausgefunden, dass halt ein Teil zum Beispiel übernommen wird, indem sie einen Marker gesetzt haben an diese Zellen und dieser Marker, das musst du dich, also das ist geistesgestört, musst du dich festhalten, die haben einen Marker benutzt, der grün leuchtet unter UV-Licht. Das heißt zum Beispiel, die Fingerspitzen und die Augen und auch einige Organe dieses Affen, dieses neuen Affen, leuchten unter UV-Licht einfach grün. Ha, das ist geisteskrank. So, und haben damit bewiesen, okay, so und so viel des chimären Affens, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie viel sind halt von dem alten Affen beziehungsweise von den Stammzellen des alten Affens. Und das kann halt jetzt, also das ist geistesgestört für die Stammzellforschung, ne, du kannst damit halt richtig viel machen, also was eine, was du machen kannst, du kannst zum Beispiel Spendeorgane entwickeln. Also zum Beispiel könnten, ein chimären Affe könnte dazu verwendet werden, Spendeorgane zum Beispiel für Menschen zu züchten, indem du nämlich Stammzellen in ein Affen-Embryo injizierst, welche quasi mit dem Immunsystem vom Empfänger, also dem Menschen, kompatibel ist und dann sich quasi organähnliche Strukturen wie dir des Menschen entstehen und diese nimmst du und könntest du dann quasi an Transplantpersonen quasi weitergeben. Das ist krank. Das stellt extreme Schwierigkeiten noch dar, also es ist sehr, sehr schwierig. Es ist bisher auch nicht gelungen, wie gesagt, es ist auch in einer Art, also ein Affe zu Affe hat jetzt funktioniert in China, das ist auch extrem, was da jetzt passiert ist, das ist Wahnsinn, so, aber von zum Beispiel einem Affen zu einem Mensch ist sehr, sehr schwierig, zum Beispiel, weil sich das Immunsystem eines Menschen direkt richtet gegen einen, die Stammzellen zum Beispiel von einem Affen als Beispiel und das sofort abstimmt. Lass mich fragen, du hattest am Anfang das mit der Superintelligenz quasi als Beispiel genommen, ist das schon auch so, dass wenn man Stammzellen, die jetzt halt nicht spezialisiert oder die, ja genau, keine speziellen Eigenschaften jetzt sozusagen haben, dass ich damit dann auch Eigenschaften sozusagen von der einen Person in die neue dann übertragen kann, also sowas wie halt, sagen wir Superintelligenz, also, oder ist das mehr für, für Organe sozusagen, die ähnlich sowieso bei den meisten Typen der Spezies sind. Wie genau meinst du das? Also, kannst du die erste Frage noch reduzieren? Meine Frage ist letzten Endes, kann ich jetzt damit nur ein neues Organ, also was natürlich auch enorm krass ist, ein neues Organ für eine Person, das kompatibel ist, herstellen? Oder kann ich wirklich spezieller, sag ich mal, ein Teil des Charakters sozusagen, der einen Person in die andere einpflanzen? Du kannst Organe schaffen und theoretisch kannst du auch Eigenschaften wie Intelligenz übernehmen. Theoretisch. Das ist, glaube ich, aber bis jetzt nichts bekannt von einem Versuch, wo das jetzt irgendwie geklärt hat. Okay, also, was haben die übertragen für Zellen? Ich weiß nicht genau, welche Zellen die jetzt benutzt haben. Ich glaube, die haben einfach nur die Stammzellen genommen und haben geguckt, wie viel von dem einen Affen in den anderen Affen kommt, aber keine Eigenschaft übernommen. Weißt du, was ich meine? Also, jetzt keine direkte Eigenschaft, sowas wie Intelligenz, sowas wie Empathie, weißt du? Ja, aber ich dachte, man kann jetzt vielleicht sehen, sind das Zellen aus dem Gehirn oder Zellen aus dem... Achso, achso, das ist zum Beispiel, das konnten wir sehen oder wir. Das konnten, also als Menschheit jetzt, als Menschheit konnten wir das sehen. Zum Beispiel wurde extrem viel des Muskelsystems übernommen. 90 Prozent, glaube ich. Aber von anderen Geweben wurde wieder weniger übernommen. Das heißt, manche Sachen wurden mehr übernommen als andere. Das heißt, man kann noch nicht wirklich das Ganze gut steuern. Das ist jetzt... Ah, okay, warte. Das ist jetzt nicht so, dass das Forscherteam entscheiden konnte, was genommen wird, sondern das ist so, dass zufällig... Nee, nee, nee. Also das Forscherteam hat jetzt nicht gesagt, okay, die Leber von dem einen Affen geht in das andere, aber das Herz nicht. So funktioniert das nicht. Es war quasi zufällig, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, danke. Ich habe es mir heute auch zum ersten Mal durchgelesen auf der Bahnfahrt und habe mich damit beschäftigt, aber ich fand es Wahnsinn. Also es ist wirklich mega, mega irre, wenn du dir überlegst, dass die Theorie ja besagt, dass du Eigenschaften von einer bestimmten Gruppe oder einem Organismus in einen anderen Organismus übernehmen könntest. Also das würde ja bedeuten, dass du theoretisch zum Beispiel einen perfekten Menschen schaffen könntest. Weißt du, du sagst dann zum Beispiel, ja, ich möchte die Intelligenz von Stephen Hawking. Ja, genau. Ich möchte die Stärke von Thor, weißt du, so... Aber da fehlt dann ja noch wieder dieser Schritt, den ich gerade angesprochen hatte. Diese Frage, ist das jetzt, dass man spezielle Eigenschaften übernehmen kann sozusagen oder ist es jetzt mehr weiter gestaltet? Das kann man doch nicht. Aber das ist die Hoffnung für die Zukunft. Das ist die Hoffnung für die Zukunft? Ah, okay. Also es ist auch von der Ethik gesehen ist alleine schon das ja so ein bisschen fragwürdig, ob du das mit Affen machen solltest, weißt du? So, alleine das ist ja schon so, hm, ah, weiß ich nicht, so ein bisschen fragwürdig. Ähm, aber ob man das dann bei Menschen machen möchte. Ich weiß nicht, ob dir der Film, ähm, Gatteka was sagt? Nee. Gatteka ist so ein Film, ähm, da ist auch eine Gesellschaft und die hat nur noch so super Menschen. Das heißt, die haben die perfekte Intelligenz. Ähm, du kannst quasi deinen Menschen gestalten, dein Kind. Mhm. Wie es perfekt ist, ne? Ich glaube, wir hatten den in der Schule oder so. Genau, genau. Und, ähm, das ist so, dass, ähm, dass die quasi entworfen werden, die Menschen. Und es gibt diese eine Person, die nicht entworfen wurde, also perfekt ist. Ne? Okay. Und, ähm, der ist auch hochintelligent von Natur aus einfach und sehr engagiert, aber er kann trotzdem nicht mithalten mit allen anderen und er will irgendwie Raumforscher werden. Ne? Aber die Leute, die halt nicht so perfekt sind, werden voll diskriminiert und damit er überhaupt ins Raumfahrtprogramm aufgenommen werden kann, muss er die Identität seines Bruders annehmen und kommt dann in dieses Raumfahrtprogramm und ist da auch erfolgreich. Aber die hätten ihn zum Beispiel gar nicht aufgenommen, wäre er nicht so ein perfekter Mensch wie sein Bruder quasi. der entworfen wurde. Und, ähm, das ist halt so ein bisschen die Gefahr von so einer, ich sag mal, Errungenschaft, dass du halt eine Gesellschaft schaffst, in der es halt nur noch perfekte Menschen gibt. Was auf der einen Seite natürlich unglaublich sein könnte, auf der anderen Seite auch eine sehr dystopische Vorstellung. Ist halt die Frage, wie sich das entwickelt, ne? Und es ist die Frage, ob man das überhaupt ermöglichen möchte. Und wenn du es ermöglichst, wie sieht der Übergang da aus? Weißt du? So, was passiert mit Menschen wie zum Beispiel dir und mir, die nicht perfekt sind? Erschaff mal einen Menschen mit dem IQ von Stephen Hawking. Mach davon 100. Ja. Weißt du? Das ist ja Wahnsinn. Oder Einstein. Weißt du? Das ist, du nimmst die Stammzellen von jemandem wie Einstein und implantierst sie dann in jemand anderen und weißt, wie es funktioniert. Kannst du es gezielt einsetzen? Du kannst dir vielleicht ein bisschen was dazu sagen, also falls du das weißt. Was ja schon gemacht wurde, was von einzelnen Menschen in andere übertragen wurde, ist irgendwie das Mikrobiom im Darm. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber da wurde ja schon versucht, von Personen, die bessere Mikrobiome haben, das in andere zu übertragen. Das ist natürlich jetzt ein anderer Bereich, so dass es jetzt nicht das Gehirn, das ist jetzt nicht so fancy, oh ja, plötzlich bin ich super schlau, aber das geht ja in eine ähnliche Richtung und das ist ja auch eigentlich, also ist ja auch ziemlich spannend und auch, weißt du was darüber? Nee? Du meinst mit dem Mikrobiom übertragen, also es gibt ja, das hatten wir, ich möchte jetzt auch eigentlich kein Halbwissen jetzt hier verbreiten. Ich meine ja, sowas gibt es, aber das sind dann ja normale medizinische Eingriffe. Könntest du auch sagen, ist irgendwo dann quasi, dass du was von jemand anderem bekommst, was besser ist als dein eigenes. Ja, aber dass dadurch auch das eigene, also ich kann es halt nicht so toll erklären, wie du es wahrscheinlich könntest, wüsstest du mehr über das Thema, aber letzten Endes, dass Teile des Mikrobioms genommen wurden, von der einen Person und in den Darm von der anderen Person übertragen wurden und dass sich dort dann das Mikrobiom angepasst hat und insgesamt gesünder oder besser geworden ist. Das gibt es bestimmt, ja. Okay, ja, aber wenn du dazu nicht genau was sagen kannst, dann würde ich jetzt weitermachen. Eine Sache, die ganz kurz nur angesprochen, diese Woche passiert das Veteranentag, ursprünglich die Idee kam aus der E-Union, aber die Ampel hat dem jetzt auch zugestimmt, da war insgesamt die Regierung sich, sag ich mal, relativ einig, oder nicht nur die Regierung, sondern insgesamt die Politik und letztendlich, also es wurde gesagt, ja, damit unsere Soldaten mehr geehrt werden beziehungsweise besonders halt auch Gefallene beziehungsweise Ehemalige, aber ich denke, das hat viel damit auch zu tun, dass insgesamt die Bundeswehr und die Soldaten sozial auch anerkannter werden, da die Bundeswehr ja weiterhin Probleme mit Mitarbeitern, sag ich mal, genau mit Nachwuchs hat und ja auch momentan enorm viel investiert wird in die Bundeswehr, die Bundeswehrausgaben werden immer höher, was ja auch Sinn ergibt jetzt mit den letzten Konflikten. Ja. Ja, genau, und so, dass dann halt auch innerhalb der Bevölkerung die Sichtweise angepasst wird, sag ich mal. Ich finde, das ist eine super Sache, also ich weiß nicht, wie du das siehst, ich finde, das ist eine super Sache. In den USA ist das ja ein riesiges Ding, also du kriegst ja Veterinär-Discounts, in extrem vielen Restaurants auch, du wirst von jedem angesprochen, thank you for your service, wenn du, also wenn du Veteran bist, beziehungsweise in der Militär gedient hast, die Leute respektieren dich, es gibt dauerhaft auch Märsche und ich glaube, diese Zustimmung der Bevölkerung ist einfach viel, viel, viel größer und ich finde das super, dass das hier in Deutschland dann irgendwie auch versucht wird, zu unterstützen und es war ja auch ziemlich einstimmig in der Bundesregierung, dass das jetzt eingeführt werden soll, das finde ich auch super, also dass es da jetzt irgendwie nicht jemanden gibt, der sagt, ja, aber was ist das für ein Bild, das da vermittelt wird von Krieg und darum geht es ja gar nicht. Es gibt, finde ich, darum, dass man die Leute ehrt, die theoretisch ihr Leben für unser Land lassen würden, um es zu beschützen und ich finde, das ist was sehr ehrhaftes und ich finde, das sollte auch unterstützt werden. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Kann ich unterschreiben. Ja, ne? Kann ich unterschreiben, ja. Findest du, es sollte noch mehr gemacht werden, also jetzt so außer zum Beispiel einen Tag zu gestalten, also dass man auch sowas wie Paraden macht für zum Beispiel, sagen wir Leute, die zurückkehren aus dem Krieg, fürs Militär, dass man da mehr Aufmerksamkeit drauf lenkt? Kann ich gar nicht ganz sagen. Ich finde es insgesamt gut, wenn die Einschätzung der Bevölkerung zu dem Thema insgesamt Bundeswehr und Soldaten positiver wird, weil Krieg ist natürlich etwas Schreckliches und ein schreckliches Thema, aber das heißt nicht automatisch, dass die Bundeswehr und die Soldaten etwas Schreckliches sind. Im Gegenteil. Das wird immer noch sehr stark verbunden, also ich meine, natürlich hängen die Themen zusammen, aber die gleichzusetzen ist falsch. Wie weit man da jetzt gehen muss oder sollte sozusagen, dass die Bundeswehr so in Präsenz sag ich mal im Alltag mehr und mehr auch rückt, bin ich mir jetzt nicht sicher. Kann ich nicht ganz sagen. Ich meine, in Deutschland haben wir jetzt auch erst seit Neuestem mehr die Idee sozusagen, dass wir wieder militärisch mächtiger werden sollten und werden. Was ja auch, also ich meine, mit unserer Vergangenheit natürlich, mit der deutschen Vergangenheit. bisschen schwierig ist und genau und deswegen auch vorher nicht der Fall war. Das ändert sich jetzt gerade erst. Ich finde, wahrscheinlich sollte man da langsam rangehen, aber ich kann da nicht, ich habe da nicht wirklich eine Meinung zu. Ich kann das nicht wirklich sagen. Ich fand es Wahnsinn, was ich so für ein Gefühl hatte, als ich letztens in Dänemark war. In Dänemark sind wir reingefahren, mein kleiner Bruder und ich mit dem Auto. wir sind über die Grenze, fahren irgendwie eine Stunde und dann kommt uns die erste Kolonne entgegen. 20, 30 Panzerfahrzeuge, also riesig, ich habe noch nie so große Fahrzeuge gesehen, irgendwie mit Soldaten da drin, die haben halt dauernd Übungen gemacht mit Raketenwerfern vorne dran und irgendwie riesigen Maschinengewehren, so Turrets oben drauf und das hat schon Eindruck gemacht. Du warst schon so, boah, weißt du, du hast mehr Selbstbewusstsein auch in das Land, du hast so gedacht, ah, okay, hier ist es sicherer, weißt du, irgendwie hat es dich sicherer fühlen lassen und auf der anderen Seite aber auch irgendwie unsicherer, weil es präsenter war. Du warst so, ah, es gibt irgendwie auch doch nicht nur Frieden. Warum sind die hier? Warum machen die ihre Übungen? Das sind Waffen, weißt du, wozu werden Waffen benutzt? Ach, um sich zu verteidigen. Warum muss man sich verteidigen vor Angreifern? Aber auf der anderen Seite war es auch so, ach, es gibt das, weißt du, und dadurch, dass wirklich, es sind wirklich alle fünf Minuten an uns immer wieder Karawanen vorbeigefahren. Es sind mehr Militärautos uns begegnet als Zivilfahrzeuge. Das war Wahnsinn. Also, wir hatten da bestimmt so eine besondere Gegend, sag ich mal, oder? Ja, ich glaube, wir waren direkt an einem Stützpunkt. Ich glaube, wir waren direkt an einem Stützpunkt. Es war so ein bisschen zwiegespalten, weshalb ich auch ein bisschen, es war einerseits die Sicherheit, auf der anderen Seite die Unsicherheit, die mehr wurde. Beides. Das ist das Interessante. Und deshalb bin ich mir unsicher, inwiefern die Präsenz der Bundeswehr deutlicher werden sollte in Deutschland. Dieser Veteranentag, finde ich, ist eine super Sache. Also einfach, dass man die Soldaten quasi ehrt dafür, was sie tun, finde ich super. Das finde ich richtig gut. Dass da quasi so die gesellschaftliche Zustimmung irgendwie mehr wird, finde ich richtig gut. Dann nächste Pandemie wird die Vogelgrippe sein. Habe ich gelesen auf Tagesschau. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Hast du das auch gelesen? Ich habe das auch gelesen. Da wird ja jetzt wieder so ein bisschen diese Vogelgrippe H5N1 soll ja irgendwie so die nächste Pandemie sein. Es gibt da anscheinend schon Millionen von Vögeln, die sterben. Wie gesagt, es ist ein Vogel, es ist die Vogelgrippe. Und das Besorgniserregende, was jetzt halt gerade passiert, ist, dass diese Vogelgrippe sich auf andere Säugetiere ausbreitet. Und der Schritt von einem Säugetier beziehungsweise von den Säugetieren, die jetzt befallen wurden, auf den Menschen ist dann nicht mehr so weit entfernt. Und da ist die Angst. Da ist die Angst. Also von 2003 bis 2023 wurden von der WHO ich glaube schon über 800, 878, Infektionen bei Menschen gemeldet. Das kommt mir jetzt noch nicht so viel vor, um ehrlich zu sein. Und davon 458 tödlich geendet. Also über die Hälfte. Das ist schon crazy. Genau. Und man hat halt jetzt die Angst, weil das wieder so Grippeviren sind, also diese Influenza-Viren, dass sie sich halt so super schnell reassorten, also so mutieren und neue Zellen bilden und halt den Menschen befallen und dass sie sich halt super schnell auf den Wirt halt anpassen. Und da hat man jetzt so ein bisschen die Sorge, so eine Zoonose und ist da halt ein bisschen jetzt am Überlegen, okay, wie geht man damit um und wie können wir dafür sorgen, dass wir nicht wieder so überwältigt werden wie zu Corona. Ich meine, wir erinnern uns alle an die erste Zeit, als wir keine Masken hatten, als die ganzen Intensivstationen überlastet waren, als wir keine Beatmungsmaschinen mehr hatten und Leute einfach gestorben sind, weil sie keinen Platz bekommen haben. Also das wird halt jetzt versucht, so ein bisschen dieser Pandemie-Überblick oder diese Pandemie-Protection, dass die ausgeweitet werden soll und auch verbessert werden soll. Genau, das soll halt so ein bisschen verbessert werden und angesprochen werden, besonders im Hinblick halt jetzt auf diese Vogelgrippe, weil man halt Angst hat, dass eine Pandemie im Endeffekt das ist, was halt wirklich Probleme macht uns in der Zukunft. Ich weiß nicht, ich hatte, wer das angesprochen hatte, das hat irgendwie auch ein relativ so berühmtes Genie, wer hatte das denn angesprochen, Millionär, Milliardär, angesprochen, dass das so das Problem der Zukunft sein soll, gar nicht mal irgendwelche Terroristen Anschläge kriege, sondern einfach Pandemien. Achso, Bill Gates meinst du? Bill Gates, dankeschön. Genau, Bill Gates hatte das ja auch schon angesprochen, dass das so eines riesigen Probleme sein sollten und was man halt machen kann ist, dass man sich halt besser darauf vorbereitet auf solche Sachen, also, dass man solche, was heißt das? Wie genau man das machen kann, meinst du? Ja, oder vor Impfstoffe entwickeln oder? Also eine frühzeitige Erkennung zum Beispiel ist wichtig, dass du überwachen kannst, wo sind welche Leute krank, ist natürlich auch immer schwierig mit der, mit der, mit der, mit der persönlichen Freiheit, also wie gesagt, haben wir wieder mehr Überwachung, aber frühzeitige Erkennung und Überwachung zur Eingrenzung, das ist ganz wichtig, also dass du zum Beispiel ein globales Netzwerk an Überwachungsstationen hast, hat die WHO auch schon, aber dass du das vielleicht ausweitest, dass du Testverfahren verbesserst und dass du vernetzte Datenbanken hast, das ist auch ein riesiges Thema, also dass du diese Datenbanken untereinander quasi sich besser absprechen können oder dass du darauf zugreifen kannst und ein Muster in der Ausbreitung von Erkrankungen sehen kannst, das ist wichtig. Impfstoffentwicklung ist ein riesiges Thema, dass du die Forschung finanzierst, dass du international zusammenarbeitest und dich da immer, immer wieder austauscht, ne, was man machen kann, ist die Entwicklungszeiten von Impfstoffen verkürzen, zu Corona haben sie es ja auch gemacht, da bin ich mir ein bisschen unsicher, wie ich dazu stehe, aber kann man machen. Wie ist denn das jetzt durch Corona, haben wir irgendwie Infrastruktur oder ähnliches erworben, die uns hilft, in Zukunft frühzeitiger auf Pandemien zu reagieren? Also wahrscheinlich haben wir Netzwerke geschaffen, was so Masken und Strukturen für Intensivstationen und sowas angeht, dass wir ein bisschen besser darauf reagieren können, aber so richtig up to date bin ich da auch nicht, ob man jetzt wirklich groß was verändert hat, weiß ich nicht, weißt du das? Ne, ich weiß es auch nicht, ich frage dich, du bist ja ehemaliger Tester, glaube ich, warst du, du warst zu der Zeit Rettungssanitäter und bist Medizinstudent, also deswegen dachte ich, vielleicht hast du ein paar Insights, ein paar Learnings oder sowas, vielleicht die man aus der Pandemie halt mitnehmen konnte. Also was ich mir vorstellen könnte, ist, dass halt die Zusammenarbeit irgendwie besser ist und dass man halt schneller zum Beispiel an Masken rankommt, weil man weiß, wo man sie besorgt. Weißt du, was ich meine? Dass sowas halt einfach schneller läuft. Weißt du, Vogelgrippe, wie überträgt die sich? Hat das was mit Massen zu tun? Funktioniert das genau? Wie die Vogelgrippe sich genau? Ne, weiß ich nicht. Also Influenza wahrscheinlich so Tröpfcheninfektion. Okay. Weil, also ich meine, man hat ja auch schon vor von der gehört, ne? Also vor Jahren mal irgendwie. Ist das die gleiche Vogelgrippe dann? Oder die ist wahrscheinlich mutiert? Oder ich weiß nicht. Das ist eine andere Art von Vogelgrippe. Es gibt ja wahrscheinlich mehrere Arten von, beziehungsweise verschiedene Arten von Vogelgrippen. Die nennt sich jetzt irgendwie H5N1. Und ist das wahrscheinlich, dass die zu was Größerem wird? Kann ich nicht bewerten. Kann ich nicht bewerten. Vielleicht hast du es ja irgendwo gelesen oder sowas. Wie gesagt, die Angst, die Angst ist, dass es ein riesiges Problem wird. Aber Nachrichten profitieren natürlich auch immer davon, wie viele Leute sie lesen. Und je bedrohlicher etwas ist, desto mehr Leute lesen es. Klar, aber öffentlich-rechtlich ist nochmal, sag ich, ein bisschen was anderes. Also da bin ich dann noch ein bisschen. Nee, also kann ich nicht bewerten, weiß ich nicht. Okay. Ja, genau. Du liest es, würde ich sagen. Oder hattest du noch was dazu? Ja, also ich finde es halt wirklich wichtig, dass man irgendwie sich besser auf sowas vorbereitet als Land, auch zum Beispiel, dass Deutschland sich auf sowas besser vorbereitet, damit man halt eben nicht mehr solche Engpässe hat. Ich werde mich nochmal damit auseinandersetzen, wie wir wirklich jetzt vorbereitet sind. Aber wenn es so wird wie zu Corona und dann ist etwas, was wirklich tödlicher ist als Corona, dann haben wir ein riesiges Problem. Ich meine, ich kann dir mal eine kleine Geschichte aus meinem persönlichen Leben, aus meiner Arbeit damals erzählen. ich stand da vor einer Station und wir haben damals auch als Rettungssanitäter, wir haben damals auch Leichen transportiert und ich sollte eine Leiche abholen auf einer Station und es war eine Corona-Leiche, also infiziert. Man wusste dann irgendwann, ja okay, die Corona-Leichen sind jetzt doch nicht mehr so infektiös, weil die atmen nicht mehr. Und trotzdem, zu dem Zeitpunkt war es halt noch nicht so sicher. Danke, Klaus Püschel, dass er uns da die Gewissheit gegeben hat und ich bin dann da zur Station gegangen, alles verabgesichert und dann bin ich da hingegangen zum Glas, ich sage zu der Schwester, ja, ich bräuchte eine FFP2-Maske, bevor ich hier reingehe. Ich habe nur eine normale Maske. Sagt sie, beziehungsweise eine Plastikmaske, wir haben ja nicht mal normale Masken bekommen, Plastikmaske, so zum Wiederverwerten. Sagt sie mir, ah, weiß ich nicht, können wir nicht so richtig rausgeben, willst du nicht so reinkommen? Ich sage, nee, eigentlich nicht, können Sie mir bitte Maske geben und dann war das schon hin und her und das war am Ende ein riesiges Problem, wieder so eine Maske zu geben und ich sollte da eine Corona-Leiche abholen und das hat mich wirklich so schockiert plus andere Versäumnisse, die passiert sind, irgendwie in der Beschaffung und Besorgung und auch im Schutz der Arbeitenden in dem Gebiet, dass ich wirklich dann war, boah, das muss ich wirklich verbessern. Deshalb ist mir das auch so ein wichtiges Thema, dass man halt irgendwie sagt, okay, wenn jetzt wirklich was Gefährlicheres kommt auf uns zukommt, dann muss das verbessert sein, die Infrastruktur muss besser da sein, zu 100 Prozent, es kann nicht so sein wie zu Corona. Wenn etwas Tödlicheres da ist und es ist so wie zu Corona, dann sind wir alle tot. Also super schnell. Wobei man dazu sagen muss, glaube ich, wenn etwas Tödlicheres da ist, also, ist es nicht normalerweise so, dass Tödlichere Viren auch sich weniger ausbreiten, weil die Leute halt vorher sterben? Also wenn etwas so ansteckend ist wie Corona und dann deutlich tödlicher ist, dann haben wir ein Riesenproblem, das meinte ich. Okay, okay. Genau. Kurze Anekdote dazu, ich habe aktuell Corona, also auch zu dem Spruch, Corona ist vorbei, nur ganz kurz. So, unheilbar Kranke haben keinen Anspruch auf ein tödliches Medikament vom Staat. Inzwischen gäbe es aber andere zumutbare Möglichkeiten, sich legal beim Suizid helfen zu lassen, urteilte das Bundesverwaltungsgericht. Also, insgesamt, ganz, ganz kurz, es gab, glaube ich, besonders zwei Personen, die sich dazu geäußert hatten. Die eine hatte, glaube ich, Multiple Skoliose MS und die andere, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr und die wollten sich das Leben nehmen und zuvor hatte der Staat bei Stärkeren, glaube ich, oder was heißt Stärkeren, aber bei anderen Krankheiten ein Suizidmedikament herausgegeben und das auch gezahlt, also es wurde auch gezahlt vom Staat. Hier hat er das jetzt verwehrt, weil er halt sagt, es gibt mittlerweile andere Wege, es gibt andere Medikamente, es gibt, die man, glaube ich, auch selber zahlen muss, allerdings, und es gibt die Möglichkeit mit Sterbekliniken, heißen die so, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, und dagegen hatten die geklagt. hatten aber nicht Recht bekommen. Ja. Dabei, also ich lese das mal ganz kurz vor, diese anderen Möglichkeiten gingen mit Erschwernissen für sterbewillige Menschen einher, deshalb greife der Staat hier in ihr Grundrecht auf selbstbestimmtes Sterben ein. Ich wusste ehrlich gesagt nicht mal, dass es ein Grundrecht ist. Ähm, also dass es ein Grundrecht ist, also dass der Staat wirklich dazu quasi verpflichtet ist, äh, dann auch, äh, Unterstützung sozusagen beim, beim Sterben dann zu liefern, sodass es selbstbestimmt, bestimmt gestehen kann. Äh, ein anderes Medikament sei mitunter schwerer zu schlucken, weil es in höherer Dosis eingenommen werden müsste. Für die intravenöse Einnahme sei man auf medizinische Hilfe angewiesen. Dieses Grundrecht, dieser Grundrechtseingriff sei aber gerechtfertigt, weil die Freigabe des Medikaments auch zu einem Missbrauch oder einem Fehlgebrauch führen könnte. Allein die Aufbewahrung des tödlichen Medikaments sei gefährlich. Der Gesetzbeherr dürfe dies, äh, berücksichtigen und wegen dieser Belange des Gemeinwohls das Verbot der Herausgabe regeln. Mhm. Äh, also die Begründung, also die Begründung, das jetzt genau zu verbieten ist, es gibt Medikamente, die, ähm, helfen, deshalb machen wir es nicht und, ähm, es ist zu gefährlich, dass wir das machen, weil es eventuell gar nicht mal hilft, also jetzt, dass, äh, äh, Leute weniger Selbstmord oder, oder beziehungsweise, ähm, auch der Missbrauchaspekt ist einer der größten Punkte. Missbrauchaspekt, äh, plus, dass es eventuell falsch eingesetzt wird, also aus Versehen sozusagen, weil es halt dann doch nicht so leicht ist sozusagen, ähm, und deswegen wurde das Medikament, äh, verboten, äh, weil es ja auch andere gibt. Okay, wie siehst du das? Ähm, ich fand das erstmal spannend, wie gesagt, mit dem, mit dem Teil, dass es, äh, dass selbstbestimmtes Sterben Grundrecht ist. Ähm, ich wollte dich besonders dazu fragen, weil ich dachte, wahrscheinlich habt ihr im Medizinstudium darüber halt, äh, was gehört, wie es, also, sterberechtlich, ich weiß nicht, ob ihr Recht wirklich im Medizinstudium habt. Wir haben das mal so ein bisschen, wir haben das mal ein bisschen diskutiert, also so, ähm, innerhalb einer Seminargruppe haben wir das mal angesprochen, ähm, nicht lange, aber angerissen und, ähm, das Problem, wie gesagt, also ich kann jetzt auch noch um die Punkte aufzählen, ähm, das Problem ist halt, dass du es eventuell halt, wie gesagt, missbräuchlich einsetzen kannst, also, du kannst halt damit eventuell auch Menschen einfach gegen ihren Willen töten und sagen, ah, die wollten das aber, also es kann missbräuchlich verwendet werden, ähm, könnte dazu führen, dass sich eventuell mehr Menschen umbringen, also, dass es einfach noch eine zusätzliche Kategorie gibt an Menschen, die sich einfach das Leben nehmen, als Leute, die sich sowieso das Leben nehmen wollen und das halt auf eine kontrollierte Art und Weise, ne, also, dass du einfach einen neuen Sektor schaffst für Leute, die eventuell weiterleben könnten, aber jetzt quasi einfach nur, weil es möglich ist, es machen, ne, die vorher nicht diese, diese Hürde vielleicht überwunden hätten, es selber zu tun, ne, Aber ist das schlimm? Wie? Also der Teil jetzt? Ist das schlimm, also jetzt, dass es dadurch Menschen gibt, die, äh, weil es jetzt halt leichter ist, sich umzubringen, sich umbringen, also das würde ja implizieren, dass es ohnehin Personen sind, die sich umbringen wollten, nur davor war es ihnen sozusagen zu schwer. Kommt drauf an, aus welcher Warte du das siehst, also, ja, ich feier dich, ich feier dich. ich, ich, ich würde sagen, es gibt einen Punkt, der spricht dafür und es spricht dagegen. Ich bin eher auf der Seite für, ich finde es schwierig, weil, ähm, ich glaube, dass viele leben, wo du sagen würdest, okay, die würden sich sonst nicht umbringen, einen positiven Weg noch gehen könnten. Also, ich sehe da einfach noch diese Chance für die Menschen. Vielleicht ist das meine menschliche Naivität und Gutsinn, das irgendwie da zu sehen, aber ich will es so sehen. Ich möchte wissen, dass es die Chance für diese Menschen gibt und, ähm, ich möchte nicht, dass denen die Chance gegeben, also, die Möglichkeit gegeben wird, dass diese Chance nicht besteht. Ähm, also, immer die Chance auf Leben. Ja, was anderes ist es vielleicht, wenn du unerträgliche Schmerzen hast und diese Schmerzen auch nicht behandelt werden können. Da sehe ich eine Legitimation drin, ähm, dass du sagst, okay, ich sehe es gar nicht mehr ein. Ansonsten finde ich, ich weiß nicht, ich versuche immer noch dann so zu denken, okay, wenn es jetzt zum Beispiel nicht unerträgliche Schmerzen sind, sondern wenn es vielleicht etwas Emotionales ist oder wenn du einfach den Willen verloren hast, es ist eine Depression, irgendwie muss man doch was machen können. Und auch wenn es nur zu 1% die Chance besteht, dass dieser Mensch wieder gesund wird, ich will die Chance nicht zerstören, weißt du, und ich will nicht die Möglichkeit geben, dass diese Chance zerstört wird. So, so sehe ich das. Also, ich bin eher, eher gegen Sterbehilfe, besonders auch mit dem Punkt des Missbrauches und einfach auch mit, mit, ähm, meinem Aspekt des Lebens, Lebensschutzes, also dass es einfach ein so hohes Gut ist, dass ich nicht dazu beitragen möchte, dass es, äh, zerstört wird. Und, ähm, das ist meine persönliche Meinung. Ich verstehe aber auch die Argumente für die Sterbehilfe. Also, dass du sagst, die Selbstbestimmung, ne, es ist mein Körper, es ist mein Recht, hm? Ich verstehe den Punkt der kontrollierten Art und Weise, sich umzubringen, dass man niemand anderen damit belastet. Ich meine, wir kennen immer wieder, ähm, die Fälle von Menschen, die sich von einem Gebäude runterstürzen, die, ähm, sich vor einen Zug werfen, ähm, und damit anderen Leuten quasi Schaden, Schaden bringen. Ähm, da verstehe ich den Aspekt, okay, ich möchte es kontrolliert machen, ich möchte niemand anderen damit belasten. Ähm, Lebenslinderung, wie gesagt, das ist einer meiner legitimen Punkte im Sinne von Schmerzen, die Lebenslinderung, nicht von Emotionen. Ähm, und, äh, ja, genau, das sind so die Punkte, die dafür sprechen, ähm, von denen ich halt nur den einen als legitim sehe. So, und das ist, glaube ich, meine Meinung dazu, das haben wir so ein bisschen angesprochen. Ich sage, die Meinung kann sich auch immer wieder ändern, ne, das kommt auch, finde ich, so voll auf den spezifischen, ähm, Fall drauf an. Also, ich, du kannst es gar nicht so generell sagen, weißt du, so, du musst die Menschen vor dir angucken und sagen, okay, in dem Fall finde ich gerechtfertigt und in dem Fall nicht. Aber es ist halt schwer, sowas irgendwie in der Gesetzgebung festzuhalten, ne? Ja, klar, auf jeden Fall, ähm, also ich denke da tatsächlich eh nicht wie du. Was ich auch insgesamt problematisch finde, ist, dass ich denke, dass derjenige, der du in Zukunft bist, in, sagen wir, fünf Jahren, eine ganz andere Person ist, als der, der du jetzt bist. Ja. Ähm, und du quasi dieser Person auch das Leben nimmst. Ja. Und über diese Person dann ja auch entscheidest. Und das finde ich immer ein bisschen fragwürdig. Allerdings ist es gleichzeitig halt auch, also, das kannst du halt bei vielen Dingen als Argument nehmen und dann könntest du dich gar nicht mehr, äh, äh, außerhalb des Mainstreams bewegen, sag ich mal, mit deinem Handeln. Ähm, ich frag mich wie, also das hätte ich jetzt, äh, besser rausfinden können. Ich hab's jetzt leider nicht richtig googeln können, wie weit dieses, äh, Recht auf selbstbestimmte Sterben, sag ich mal, geht. Weil hier geht es ja nicht nur darum, dass die Person sich, äh, umbringen darf, wenn sie es will, sondern es geht auch noch darum, dass die Person sich, ähm, auf eine Art und Weise umbringen darf, wie sie will, beziehungsweise, dass sie vom Staat, äh, bezahlt werden soll, beziehungsweise gefördert werden soll. Ähm, und da hätte ich jetzt gerne mehr zu gewusst. Ich hab da jetzt leider nicht so richtig was gefunden. Äh, leider, es scheint mir auch, dass du jetzt nicht unbedingt, äh, da was zu sagen kannst unbedingt, äh, wie das genau ist. Also, so hattet ihr das in der Medizin wahrscheinlich nicht. Weil da würde ich jetzt einfach, ähm, weitergehen, äh, nämlich, ähm, zur Migration. Äh, es gab zwei Migrationsthemen, äh, in der vergangenen Woche, beziehungsweise das eine schon, äh, in der vorherigen Woche auch, Thema gewesen. Nämlich einmal das Bund-Ländnis, Länderabkommen zur Migration und einmal, ähm, Migrationspolitik im Hinblick auf Drittländer. Also, das heißt, dass, dass, äh, Migration sozusagen oder Asylanträge, der, die Aufarbeitung von Asylanträgen in Drittländern geschehen werden soll, also, ähm, outgesourced werden soll sozusagen, heißt, dass, äh, die meinetwegen aus Afrika, sagen wir mal, äh, dass die nicht mehr den Weg über das Mittelmeer gehen müssen, ähm, so viele Tote dort, äh, verhindert werden und zusätzlich, äh, dass diese, ähm, eventuell dann nicht auch noch wieder zurückgeschickt werden müssen, beziehungsweise es da Probleme gibt, weil sie, äh, in einem anderen afrikanischen, äh, Land diesen Antrag, äh, äh, stellen können, und der dort dann abgelehnt oder, äh, dem zugestimmt wird und sie dann, äh, nach Deutschland kommen können. Also es ist einfach so, dass sich die Leute quasi, die jetzt zum Beispiel nach Deutschland wollen, im Land, wo sie gerade sind, bewerben müssen. Und da dann quasi der Asylantrag überprüft wird. Nein, nein, sie müssen schon, sie müssen schon noch in ein anderes Land. Also es ist nicht so, dass Deutschland dann mit jedem Land, also vielleicht wird das in Zukunft irgendwann der Fall sein, aber nicht, dass sie mit jedem Land, äh, diese Verträge haben, sondern, ähm, sie wollen Verträge mit einzelnen Ländern, in Afrika zum Beispiel dann machen, sodass die, ähm, sagen wir, sagen wir, es wäre Nigeria, mit dem sie diesen Vertrag machen, äh, dann müssten, äh, die Leute auch aus Äthiopien, aus Niger, et cetera, nach Nigeria, ähm, und dort einen Asylantrag, äh, stellen. Also es würde outgesourced werden an einem speziellen Land, aber nicht, äh, es würden nicht komplett alle anderen Länder einfach übernehmen. Und wenn da gesagt wird, ja, okay, diese Person hat einen... Wobei ich mich frage, sorry, wobei ich mich frage, warum das eigentlich nicht gemacht wird, das ist eigentlich ganz spannend. Ja. Also, aber... Vielleicht, weil es wahrscheinlich schwierig ist, mit jedem Land quasi diese, diese Verbindung aufzubauen und es einfacher ist, so Zentren aufzubauen, wo quasi die Leute aus anderen Ländern reinmigrieren. Ich kann mir vorstellen, dass das Problem ist, auch einfach Länder zu finden, die das machen, weil die sagen, ey, wenn ich der Einzige bin, in Afrika, der das macht, und alle kommen dann auf einmal zu mir, dann sind meine Städte erstmal überfüllt. Und wenn die Leute da bleiben, dann ist es mein Problem. Weißt du? Ja. Ich habe auch noch ein anderer Punkt ein, der genannt wurde, nämlich, ich glaube, das war im Hinblick auf Ruanda, ich glaube, Frankreich hatte das vorher schon mal probiert oder ähnliches, weil dort einfach keine, also nach der deutschen Idee, beziehungsweise, nicht nur nach der deutschen Idee, weil dort keine menschenwürdigen Bedingungen sind in dem jeweiligen Land und wieso die Leute in ein Land schicken, wo die Bedingungen sozusagen für die Personen ja nicht sehr schön sind oder menschenunwürdig sind und wie die sozusagen zwingen, dort zu bleiben vorerst. Gegenargument war dann halt, dass viele aus Ländern kommen, in denen die Bedingungen noch viel schlechter sind und das sogar in den Ländern dann, sag ich mal, besser ist, aber trotzdem muss man halt gucken, deswegen, dass man das in einzelnen Ländern macht, wo wir das vertreten können. Ja, oder das halt auch zum Beispiel sagen, wie du machst das jetzt mit Ruanda, dass du dann, weißt du, die Leute von da wollen ja vielleicht auch nach Deutschland. Wenn du da ein Zentrum aufbaust, dann können die sich halt direkt in dem Land bewerben und müssen nicht erstmal quasi in einen Nachbarstaat. Weißt du, was ich meine? Das würde ja auch irgendwo so nirgeln, das ist ja auch ein Argument dagegen. Also insgesamt der Versuch ist letzten Endes, dafür zu sorgen, dass weniger Bürokratie sozusagen für Deutschland entsteht, dass weniger Leute zurückgeschickt werden müssen und man weiß nicht, wohin mit denen, beziehungsweise es wird insgesamt kompliziert, weil sie vielleicht keine Papiere haben oder weil die Länder sie nicht wieder entgegennehmen wollen. Das Problem würde aber dann trotzdem in anderen, also in den dritten Staaten dann sozusagen trotzdem entstehen. oder eventuell zumindest, die sind natürlich weniger attraktiv als Deutschland und dass weniger Flüchtlinge, der hat schwere Wege wieder über das Mittelmeer gehen müssen, die halt auch sehr gefährlich sind. An sich eine super smarte Idee, also ich verstehe gar nicht, warum da nicht irgendwie früher sowas kam, weil den Asylantrag in einem Land nahe von dem Problemland zu stellen, ergibt doch eigentlich voll Sinn, also für beide Parteien fast. Also erstmal für die Partei, die halt nach Deutschland möchte, weil die halt sagt, ich muss nicht den langen Weg aufnehmen, um eventuell einfach abgelehnt zu werden. Ich kann es vorher schon wissen. Und für die Partei, die quasi die Flüchtlinge aufnehmen muss, will, soll, die dann sagen muss, okay, Mist, jetzt ist die Person hier und die hat eigentlich gar keine Berechtigung, hier zu bleiben. Was machen wir jetzt mit der? So, schicken wir die zurück? Können wir gar nicht zurückschicken. Was machen wir jetzt? Ja, da wir beide gerade so angetan davon sind, würde ich einfach mal sagen, wir fragen mal Bart, was Kontraargumente sind, weil das hier nicht nur die positive Seite darstellen. Und Bart sagt uns, drei Kontraargumente, ganz kurz, Bart ist das Chat-GPT von Google, Verkürzung des Asylverfahrens, die Verkürzung des Asylverfahrens kann dazu führen, dass Asylsuchende nicht ausreichend geprüft werden. Dies kann dazu führen, dass Menschen, die ein Recht auf Asyl haben, abgeschoben werden. Okay. Also, was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte ist, sagen wir, du bist jetzt, stellst deinen Antrag, worauf du gesagt hast, wo gab es Verhandlungen mit? Bitte? Sagen wir, du stellst irgendwo in Ghana deinen Antrag, als Beispiel. Und in Ghana ist die Überwachung des Asylantrags nicht so gut, wie hier in Deutschland. dann werden auch eventuell viele Leute, die keine Berechtigung hätten, wenn sie hier geprüft werden, hätten vielleicht in Ghana eine Berechtigung bekommen. Auch im Hinblick auf Korruption, Bestechung, solche Problematiken, weißt du? Sodass ich dann sage, so, ah, und das sich rumspricht, weißt du, so, ah, wenn ich in Ghana zu der und der Stelle gehe, dann kriege ich den Jackpot nach Deutschland, weißt du? So, das könnte halt auch ein riesiges Problem darstellen. Klar, also insgesamt wurde trotzdem zu dem Ganzen gesagt, dass Deutschland natürlich die Verantwortung trägt. Also, die Verantwortung wird jetzt nicht direkt an das andere Land übertragen, auch im Hinblick auf, wer abgelehnt wird, eventuell falsch sozusagen abgelehnt wird, rechtmäßig abgelehnt wird. Nächster Punkt. Verschärfung der Abschiebung. Die Verschärfung der Abschiebung kann zu Menschenrechtsverletzungen führen. So kann es sein, dass abgelehnte Asylsuchende in Länder abgeschoben werden, in denen sie verfolgt oder gefoltert werden. Ich bin jetzt verwirrt, sind das Argumente gegen Abschiebung allgemein? weil das klingt jetzt nicht mal, also das ist doch genau das Gleiche bei, ganz egal, ob jetzt Drittland oder nicht, ne? Mhm. Oder verstehe ich es falsch? Nee. Ich glaube, du verstehst es richtig. Aber, ähm, was man vielleicht daraus ziehen könnte, ist, dass, ähm, Leute vielleicht eher abgeschoben werden, die halt eigentlich nicht abgeschoben werden sollten. Weil das vielleicht in den Ländern wieder strenger kontrolliert wird. Aber das würde wieder dasselbe Punkt sein wie der davor. Einfach, dass es in den Ländern nicht so gut funktioniert. Ähm, und diese Vorauswahl, ne? Also Deutschland macht natürlich die Endauswahl und sagt, okay, wir sind in der Verantwortung, aber dass die Vorauswahl schlechter ausfällt. Das könnte ich mir jetzt vorstellen. Äh, ich hab, äh, der, der letzte Punkt ist tatsächlich, ähm, passend, dann diesmal doch, ähm, das ist nämlich Stärkung der Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern. Stärkung klingt jetzt erstmal positiv, aber so ist es gar nicht gemeint, weil, äh, die Stärkung der Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern kann dazu führen, dass Deutschland die Kontrolle über seine Migrationspolitik verliert. So könnte es sein, dass Deutschland von den Herkunftsländern erpresst wird, um abgelehnte Asylsuchende zurückzunehmen. Beziehungsweise, was ich mir auch vorstellen könnte, ähm, also die haben natürlich eine Macht dann sozusagen über Deutschland, ne? Äh, insofern als, wen die, also dass die halt sagen können, ja, wir, wir lassen jetzt mehrere rein oder sowas. Wobei ich nicht glaub, dass das der Fall ist, weil wenn Deutschland weiterhin die, ähm, äh, wenn Deutschland weiterhin die Verantwortung behält, dann behält es wahrscheinlich auch die eindgültige Macht letzten Endes, ne? Und ich meine, müsste ja auch der Fall sein eigentlich, dass Deutschland am Ende dann trotzdem noch das Veto-Recht sozusagen hat. Also, Bart, äh, bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht, weiß ich, weiß ich jetzt nicht wirklich, ähm, deine, deine Kontraargumente haben mich nicht überzeugt. Ähm. Sowieso in der letzten Zeit ein bisschen enttäuscht worden von Bart. Wurdest du echt? Extrem, ja, er hat sich dauernd Sachen ausgedacht. Ich hab ihn zu einigen, äh, Studien was gefragt. Ich meinte zum Beispiel, ich hab ihn letztens wegen einem Hormonstatus was gefragt. Ja, wie, ähm, genau, zum, ähm, Testosteron irgendwas in der Bevölkerung. Und er hat mir einfach Studien total ausgedacht, ne? Also er hat sich die einfach ausgedacht, hat mir drei Studien gegeben, plus Links. Ich bin auf die Links gegangen. Und das hatte eigentlich was mit Testosteron zu tun. Am Ende war es Ovarial, äh, äh, Tumore, also so bei der Frau. Und waren ganz andere Studien, die gar nichts damit zu tun hatten. Ich hab ihn dann gefragt, ja, warum lügst du mich an? Er sagt, sorry, ich werd versuchen in nächster Zeit, dich nicht mehr anzulügen. Was hat er gesagt? Ja, ja, also keine Fehlinformationen, die mir zu geben, weil ich hab ihm gesagt, bitte achte in nächster Zeit darauf, dass du dir keine Studien mehr ausdenkst. Also nie wieder Studien, die es nicht gibt. Weil er hat sich richtig das ganze Studiendesign ausgedacht. Er hat wirklich gesagt, so, es gab 87 Teilnehmer im Jahr 1987, von, hat die Professoren genannt und sowas. Perfekt gemacht, ne? Aber es war alles ausgedacht. Digga, es gab keinen Professor, beziehungsweise es waren Professoren von so ganz anderen Disziplinen. Ja, ja. Und ich hab dann zu ihm meint, bitte denkt ihr nie wieder etwas aus. Ich meinte so, ich werde versuchen, es in den nächsten Suchenfragen von dir zu berücksichtigen. Also er wusste sogar, dass er mich anlügt. Nein, die geben dir, glaube ich, die geben dir, glaube ich, immer recht am Ende. Also die sagen immer, Also ich bin ein bisschen enttäuscht worden. Man muss sehr vorsichtig sein mit KI. Ja, ich glaube besonders, wenn es so speziell wird auch, ne? Genau, das andere ist das Bund-Länder-Abkommen bezüglich Migration. Das ist jetzt auch gerade erst von Starten gegangen, sozusagen, dass sie, der Bund und die Länder sich endlich geeinigt haben. Ähm, wie mit, ähm, ja, Flüchtlingen, ähm, umgegangen werden soll, beziehungsweise, was sich geändert hat, ist, dass die, äh, einzelnen Länder pro Flüchtling jetzt eine jährliche Pauschale von 7500, ähm, oder pro Asylantragsstelle eine jährliche Pauschale von 7500 Euro bekommen soll. Ursprünglich waren, äh, 5.000 Euro äh, angedacht. Okay. Das heißt, die, äh, 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 wer bekommt von wem was? Sorry. Der Bund gibt den einzelnen Ländern, ähm, mehr Geld. Mehr Geld pro Flüchtling. Genau. Genau. Äh, um letztendlich die Länder zu entlasten. Jetzt ist auch da wieder Frage, woher soll das... Geld kommen. Ähm, ja genau, woher soll dieses Geld kommen? Ähm, 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 was aber auch... Ähm, ja genau, eine Sekunde. Ähm, Asylbewerber sollen künftig sogenannte Analogleistungen, ähm, genau, was auch geändert wurde, ähm, äh, wodurch insgesamt, äh, äh, der ganze Staat entlastet werden soll, ist nämlich, dass, äh, in Zukunft Asylanträger oder beziehungsweise Flüchtlinge nicht, ähm, nicht mehr in bar ausgezahlt werden sollen. Also, äh, die kriegen ja selber, ähm, die kriegen ja selber Entgelt, äh, Entgelder sozusagen, die sie dann ausgeben können. Ähm, das soll nicht mehr geschehen, sondern es sollen jetzt sozusagen Coupons beziehungsweise Punkte vergeben werden. Für bestimmte Leistungen. Ne, äh, also nicht, dass sie, dass sie so verdienen können, das meine ich gar nicht, sondern, äh, dass sie die dann... Nein, Leistungen meine ich jetzt sowas wie Lebensmittel, ähm... Ähm, Und diese sind dann halt besonders, also, dass das besonders, äh, 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 sozusagen beinhaltet, so dass, ähm, ähm, ich weiß nicht, Push-Pull-Faktoren sagen dir vielleicht was. Was, äh, Push-Faktoren bedeutet letztendlich ist, das sind Faktoren, die, ähm, dafür sorgen, dass, äh, Flüchtlinge, ähm, aus Ländern rausgehen, also flüchten, dass Personen flüchten und Pull-Faktoren sind, ähm, also aus einem Land flüchten und Pull-Faktoren sind, ähm, Faktoren, die dafür sorgen, dass Flüchtlinge in ein Land flüchten. Nein, nein, genau. Also Pull-Faktoren wären zum Beispiel, Deutschland ist super toll, deswegen wollen ganz viele Leute nach Deutschland, das wäre ein Pull-Faktor, ne? Wir ziehen die ran, pullen. Ähm, Push-Faktor wäre, ja, wir haben Krieg in unserem Land, also wollen wir hier nicht mehr sein, das heißt, wir fliehen aus unserem Land. Also wir werden weggepusht. Ähm, und so soll Deutschland sozusagen mehr an Pull-Faktoren verlieren, weil es soll hier nicht unbedingt attraktiv sozusagen für Flüchtlinge sein, das ist die Idee dahinter. Äh, wir wollen, äh, scheinbar nicht, ähm, dass, dass hier, äh, besonders viele Flüchtlinge, ähm, herkommen, die nicht aus Krisenlagen kommen. Ähm, Personen in Krisenlagen nehmen wir, äh, dennoch gerne auf. Das ist, das ist ein bisschen auch die, ähm, Kommunikation, sag ich mal, dahinter. Ähm, wobei ich das fragwürdig finde, da Deutschland eigentlich auch, äh, Flüchtlinge braucht, weil wir, äh, viel zu wenige, ähm, Person, Nachfolgen, sag ich mal, haben, wie viel zu wenige Kinder auch bekommen. Und wir sind eigentlich auch auf diese Flüchtlinge angewiesen. Natürlich auf, ähm, kompetente Arbeitskräfte, aber das, also die werden ja auch durch die Pull-Faktoren angezogen. Deswegen verstehe ich das nicht ganz. Die Frage ist halt, da müsste man sich mal jetzt, äh, Zahlen angucken, wie viel quasi ein Flüchtling kostet, wie viel er bringt, wie viel, ähm, im Nachhinein quasi einbringt für ein, für, für das Land Deutschland in dem Fall. Weißt du, ob es am Ende, sag ich mal, das, das, ich finde, das hört sich zu zynisch an, aber ob es ein Minus ist, Geschäft ist oder ein Plus-Geschäft. Muss man, also als Staat muss man das ja so sehen. Kann man nicht, finde ich, menschlich, weil, ähm, ein Flüchtling hat ja auch oft einen Grund zu flüchten, ne, so ist es ja, weißt du, deshalb finde ich das schwierig so, aber da müsste man sich, finde ich, jetzt Zahlen angucken. Aber das ist ja was trotzdem, wozu du was sagen kannst. Das Argument wird ja oft genannt, so, ja, wir brauchen Fachkräfte, ähm, oder wir brauchen mehr Menschen oder sowas, ist dann die Lösung, dass man einfach andere Leute irgendwie abwirbt. Besonders ist dann die Frage, Digga, wenn du total viele kompetente Fachkräfte aus anderen Ländern abwirbst, dann wird das Land immer schlechter, wo die herkommen, so, und dann flüchten da noch mehr Leute weg. Also, so, klar, es lässt sich immer so einfach sagen, dieses Argument, aber ich weiß nicht, ob es das richtige Argument ist. Das ist tatsächlich nicht ganz so. Ich meine, die Leute, die aus dem jeweiligen Land fliehen, ähm, das sind Leute, die in einem Land leben, ähm, dem es nicht besonders gut geht und meistens sind das aber Leute, die in einem Land leben, das gerade auf dem besser werdenden, sag ich mal, Weg ist, weil sonst werden sie nicht kompetent, weil sie haben dann scheinbar gute Ausbildung, das Land hat in Bildung gesetzt, zum Beispiel Indien, sagen wir mal, ähm, äh, Leute werden immer kompetenter und letzten Endes wird das Land auch immer reicher, auch ohne die, äh, zunächst, ähm, weggehenden Leute, sag ich mal, ohne die zunächst, äh, ja, fliehenden, äh, Leute, ich weiß nicht, ob man da Flüchtling sagen kann, aber, ähm, ohne die wird es dennoch kompetenter, da ist, äh, da ist mehr, ähm, da ist billiger in der Arbeits, äh, im, wie sagt man, in Labor ist, also, äh, in der Arbeitskraft ist, die Arbeitskraft kostet weniger und dennoch, ähm, 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 äh, bei denen das der Fall ist, ähm, und so kriegt es dennoch viele Aufträge, meistens, äh, 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 ähm, 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 Unternehmen aus reicheren Ländern, wie zum Beispiel Deutschland, aus fortgeschritteneren, ähm, Ländern, ihre Arbeits, äh, ihre Arbeitskraft, ihre Arbeits, ähm, ähm, in diese, in diese Länder, und wodurch diese Länder weiterhin aufsteigen, bis die dann irgendwann selber, ähm, in der Lage sind, eigene, äh, eigene Unternehmen zu gründen, die dann groß werden und dadurch wird die, ähm, Arbeitskraft in ihrem Land immer teurer wieder, weil der Lebensstandard sich erhöht, ähm, was dazu führt, dass dann irgendwann die Arbeitskraft wieder in ein neues Land ausgelagert werden muss. Aber es widerspricht, das sieht die vom Neoling, ja. Aber es widerspricht zu dem, dem, dem Verstand, wenn du sagst, okay, ähm, ähm, sagen wir, wir nehmen jetzt tausend Fachkräfte auf. Junge, gesunde, arbeitstüchtige Menschen, die alle irgendwo eine bestimmte Kompetenz in einem Bereich haben und die ziehen wir ab aus einem Ort, wo es den Leuten nicht so gut geht. Dann würde ich mir einfach rein logisch erklären jetzt, dass dieser Ort an sich erstmal schlechter wird. Achso, ja, also grundsätzlich natürlich wäre der Ort wahrscheinlich besser dran mit den Leuten. Ja. Ja. Aber die Aussage ist dem Ort, der ist sowieso gerade, dem geht es, sag ich mal, immer besser und auch ohne diese Leute wird es denen immer besser gehen. Weil sonst würden diese Leute gar nicht erst sozusagen so kompetent werden, dass sie ausreisen können. also nehmen wir aber trotzdem dann den Leuten quasi genau die Leute weg, die kompetent genug sind auszureisen. Das ist ja schon egoistisch auf eine Art und Weise, oder? Dass du sagst, ja, die machen es aber trotzdem irgendwie. Aber es würde schneller gehen mit denen. Achso, das ist egoistisch, die Leute haben ja auch was davon. Der andere Staat jetzt nicht unbedingt, nein. Genau, genau. Aber die einzelnen Personen schon, also das ist halt wie du denkst, ne? Denkst du jetzt ja mehr an den Staat, beziehungsweise an den anderen Staat oder denkst du an die einzelnen Personen und unseren Staat? Ja gut, das kommt halt darauf an, wen du dir dabei anguckst, ne? Ob du jetzt den Staat betrachtest oder die ganzen Menschen, die alle in dem Staat auch leben, denen es dadurch vielleicht ein bisschen schlechter geht, auch in der Zukunft, oder halt diese eine Person oder die 100 oder 1000 Leute. Ja, aber denen geht es nicht schlechter. Das ist ja meine Aussage. Natürlich wären sie besser dran, wenn die Leute da wären, aber die Leute sind nur so kompetent. Nein. Wenn es ihnen besser gehen würde, wenn die da wären, dann geht es ihnen ja jetzt schlechter. Nein. Ja, aber nur kurzfristig. Langfristig eben nicht. Du hattest langfristig gesagt. Langfristig eben nicht. Guck mal, stell dir vor, es ist ein Unternehmen, das mega geil ist. Es ist Google, sagen wir mal. Es ist gerade Startup. Es wird immer größer. Es holt Leute ran und es bildet diese Leute aus. Jetzt gehen diese Leute weg. Aber die gehen sozusagen weg. Nicht alle auf einmal erstens, aber die gehen weg und währenddessen kommen auch neue Leute ran, die wieder ausgebildet werden und das Unternehmen ist sowieso gerade am Steigen und wird immer besser und steigt immer weiter. Und währenddessen gehen halt fluktuierte sozusagen der Arbeitsstand. Da kommen neue Leute rein, da gehen Leute weg. Also natürlich wären sie besser dran oder eventuell wären sie besser dran, wenn die Leute, oder ziemlich sicher bei dem Staat, jetzt bei Google nicht unbedingt, wenn die Leute bleiben würden. Aber denen geht es trotzdem immer besser. Also auch ohne die Leute. Okay. Das ist einfach nur die Aussage. Okay. Also ich meine, die Beispiele sind dafür halt, die Paradebeispiele sind dafür halt Indien und China. Da sind, es sind, es sind in den letzten Jahrzehnten enorm viele oder immer mehr Inder und China in die West, Chinesen in die westlichen, in die westliche Welt, sag ich mal, ausgereist und dennoch geht es denen immer besser. China aktuell nicht. Aber insgesamt der Linie schafft. Was du aber gesagt hast, ist, wir brauchen auch Flüchtlinge oder ein, meine ich, oder ein Argument für Flüchtlinge ist, dass unsere Bevölkerung schrumpft und wir zu wenig Fachkräfte haben. Kann das, war das so, dass du das als Argument benutzt hast? Vielleicht habe ich auch irgendwas. Ja, war das so? Also deswegen brauchen wir die. Das ist halt, Aber das ist dann ja, ist das dann, ist das dann per Definition ein Flüchtling aus China? Ja, das weiß ich halt nicht. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist jemand, der flüchtet, eher jemand zum Beispiel aus einem, einem, nicht einem Schwellenland, sondern aus einem Entwicklungsland. Deswegen habe ich, und wenn du da halt jetzt die Menschen wegnimmst, wenn du da das Argument nimmst, okay, wir brauchen Fachkräfte aus einem Entwicklungsland, dann geht es dem Land ja schon schlechter. Plus, wie kannst du dir sicher sein, dass du nur Fachkräfte kriegst? Nee, aber das habe ich auch nicht gesagt. Das habe ich auch nicht gesagt. Genau, das habe ich gesagt. Ich hatte, ich hatte wirklich vorher auch gesagt, Flüchtling oder Asylantragsteller, ich hatte da auch schon gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt überhaupt ein Flüchtling ist. Ja. Und aus den Ländern, wo, wo man dann wirklich mehr von Armutsflucht sprechen kann, da muss man auch sagen, dass dort die meisten nicht kompetent sozusagen sind, unter den Faktoren, die wir, die wir im Ende achten. Genau. Also die müssen dann auch meist erst ausgebildet werden. Also das ist, da ist dann trotzdem schon noch ein Unterschied. Bzw. dass wir ihre Ausbildung nicht unbedingt anecken. So, ne? Okay. Gut, lange diskutiert. Es soll jedenfalls jetzt, es soll jedenfalls, aber es ist interessant, es soll jedenfalls so sein, dass es jetzt mehr in die Richtung von Coupons geht. Ich finde, das ist an sich eine gute Sache, dass du halt versuchst, damit auch wieder den Missbrauch von Geldern zu verhindern. Dass du halt irgendwie sagst, okay, es gibt bestimmte Sachen, die halt einfach richtig sind, wie z.B. Nahrungsmittel, und diese Leute müssen leben, die sind hier. Es gibt viele Leute, die sagen so, aha, warum sollten die jetzt unser Geld bekommen und das bezahlt der Deutsche, blablabla. Diese Menschen sind hier, diese Menschen brauchen Hilfe, diese Menschen geht es extrem schlecht. Ich finde, es ist irgendwo auch so eine gewisse Aufgabe, einen Menschen nicht verkümmern zu lassen. Es ist irgendwo in der Seele drin, dass man sich für jemand anderen sorgt und deshalb, diese Menschen sind hier und auf die muss man irgendwie auch versorgen. Die Frage ist, wie man es macht und ich weiß nicht, du meintest vorher, die wurden bar ausgezahlt. Das wäre, finde ich, auch nicht richtig so. Dann könnte man natürlich auch irgendwo sagen, schwierige, schwierige Sache, einfach Bargeld zu vergeben. Ich glaube trotzdem nicht, dass Menschen so sind, dass sie das, also die meisten Menschen so sind, dass sie das für irgendwelche schwachsinnigen Sachen rausprassen würden, wenn es ihnen sowieso schon schlecht geht. Ich glaube, die meisten Menschen sorgen dafür, dass sie sinnvolle Sachen damit machen und wahrscheinlich teilt es sich sowieso gleich auf. Aber trotzdem ist es, finde ich, eine gute Sache. Also damit nimmst du, finde ich, auch den Leuten, die da so ein extremes Argument dagegen haben, gegen die Unterstützung von Flüchtlingen, nimmst du so ein bisschen den Wind aus den Segeln, weißt du, nimmst du die Argumente. Ich habe das ganz oft gehört, zum Beispiel, als ich damals zum Basketball gefahren bin. Das war zu der Zeit, als sehr, sehr viele Flüchtlinge kamen. Da bin ich nach Bramfeld oft mit dem Bus gefahren und da haben dann zum Beispiel einmal so zwei Omis vor mir gesessen und die meinten dann so, Ja, so, das ist ja wirklich für sehr, sehr schlimm, dass diese ganzen Ausländer einfach ein Haus bekommen und tausend Euro in Bargeld, wenn die hier nach Deutschland kommen, so und so, weißt du, wenn du halt dann irgendwie sagst, nee, ist nicht, also erstens, das stimmt natürlich sowieso nicht, aber jetzt, das war auch die Extreme und auch eher aus Unwissenheit, glaube ich, aber wenn halt Leute sagen, ja, das sind sowieso, die kaufen dafür ihre Prater und bla bla bla, sagst du halt, nee, das geht nicht. Diese Menschen bekommen wirklich notwendige Dinge, die sie zum Leben brauchen. Das ist sowas wie Lebensmittel, Klamotten und ich finde, das kannst du niemandem verwehren, so dieses Recht an solchen Sachen, wenn der Mensch wirklich aus einem Land kommt, wo es gerechtfertigt ist, auch, dass er hierher kommt und deshalb finde ich, das ist voll die gute Sache. Also ich sehe jetzt erstmal kein Argument, bis auf vielleicht diese Selbstbestimmungssache, die dagegen spricht. Ja, also finde ich erstmal auch, so zu dem, mit dem Prater kaufen und ähnliches, also Prater wird es auf jeden Fall nicht sein, das ist aber dennoch so, dass, wie gesagt, das jetzt geändert wurde, weil, ich weiß jetzt keine Daten dazu, aber das Argument war schon, dass sie sich, dass sie das Geld nicht nur für Lebenserhaltung, sag ich mal, einsetzen. Übrigens, was mir noch einfällt, zu dem Punkt, mit dem, ja, würden wir die Länder nicht schlechter da lassen, sozusagen, wenn wir ihre Flüchtlinge, sag ich mal, entgegennehmen, die flüchten, weil, weil sie hier sich eine bessere Zukunft erhoffen und dadurch dort weniger Kompetenten sind. Nee, das war jetzt, ich meine, dass wir den anderen keine Fachkräfte klauen, ganz einfach. Genau. Zu dem Punkt, zu dem Punkt wollte ich nur sagen, dass viele von den Leuten, die aus diesen Ländern kommen und dann in andere Länder, also nach Deutschland zum Beispiel, die nach Deutschland kommen und aus diesen Ländern kommen, dass sie dir ganz oft enorm viel Geld auch zurück in die Heimat schicken und dass dieses Geld dadurch dann ja auch in die dortige Wirtschaft kommt und dass das meistens mehr Geld ist, als sie verdienen würden oder zu der Wirtschaft dazu beitragen würden, wenn sie in dem Land vor Ort arbeiten. Okay. Ja, fair. Auf der anderen Seite kannst du sagen, nimm das Geld dann wieder aus Deutschland raus, ne? Ja, ach so. Dann würde das Argument sein, ja, okay, du nimmst es aus der Wirtschaft oder aus Deutschland raus. Genau, aber mein Argument ist aber einfach nur so, profitieren sozusagen alle irgendwo davon, ne? Weil das wäre jetzt noch der letzte Punkt, dass das andere Land halt auch davon profitiert, dass es andere Land auch einen Vorteil hat und Deutschland hat da sowieso einen Vorteil von. Gibt es, gibt es, ja, safe, gibt es irgendwelche Aussagen dazu, was denn gekauft wurde, wo jetzt so, also Außerlebenserhaltungssachen, wo jetzt so besonders drauf gebraucht wurde, dass die sagen so, ah, okay, wir haben das jetzt deswegen und so geändert? Ich weiß es nicht. Gibt es ja irgendwelche neuen Erkenntnisse? Es kann gut sein, dass es Aussagen dazu gibt. Ich müsste das jetzt noch mal nachgucken. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so schnell schaffe. Aber es ist crazy. Ich hätte sowieso gedacht, dass es irgendwie nicht jetzt so, ist es wirklich Bargeld gewesen, was vorher gegeben wurde? Ja, also Entgelt, ne? Entgelt, okay. Krass. Hätte ich sowieso nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dir wird zum Beispiel irgendwie eine Unterkunft gestellt. Ja. Klamotten und Essen und eventuell quasi da wird das sowieso in Marken geregelt oder sowas. Also die werden auch solche Sachen gestellt, ja, aber die wird halt auch ein Entgelt vergeben, sodass du trotzdem eine Freiheit hast, ne? Dass du halt sowas sagen kannst, wie ich nehme mein Kind mal mit auf den Dom oder ich gehe mit dem mal ins Miniaturwunderland. Sowas verstehe ich auch. So, ne? Dass man das auch machen möchte. So, weißt du, wenn ich jetzt irgendwie aus einem schrecklichen Land geflüchtet wäre und dann hier bin mit meinem Kind und die ganzen Schulkameraden von dem Kind, das wächst ja dann hier in Deutschland auf, gehen alle irgendwie ins Miniaturwunderland und ich möchte, dass mein Kind da auch mal hingeht mit seinen Freunden. Safe, dann will ich auch Bock haben. So, weißt du, das verstehe ich schon. Ich weiß sowieso nicht, wie gut das möglich ist, wenn du noch im Flüchtlingsheim bist, sag ich mal. Ja. Ehrlich gesagt. Nur der Punkt, nur der Punkt. Weil um die handelt es sich ja, die noch im Antrag sozusagen stecken, wo noch nichts so richtig klar ist. Ich habe tatsächlich jetzt einen Punkt gefunden, was gesagt wurde, nämlich dass diese Möglichkeiten für Asylbewerbe einschränken, Geld zurück in ihre Heimatländer zu überweisen. Also genau das, was ich gerade gesagt habe, dass das quasi auch schon mit diesem ursprünglichen Entgelt gemacht wird. Also sozusagen einfach steuern, in das Land dann sozusagen zu schicken. Ah, das ist ein großer Punkt, dass quasi gesagt wird, okay, die Leute, die die Kohle bekommen, senden es einfach wieder zurück. Genau. Also nicht alles natürlich, sie brauchen das ja auch irgendwo, aber halt Teile. Ergibt Sinn. Ergibt absolut Sinn. Ja, und deswegen, deswegen ist das ja auch so, wird das als Pull-Faktor halt angemerkt und deswegen wird das jetzt auch geändert. Ja, hast du, ganz spannend dazu, hast du dieses virale Video mitbekommen vom polnischen Minister, oder ich weiß nicht, wer das genau war, der eine Rede gehalten hat und gesagt so, ja, wir haben null Flüchtlinge aufgenommen oder also null unberechtigte Flüchtlinge aufgenommen und Poland has zero terrorist attacks und sowas und Poland is the safest in der EU. Okay, musst du dir bis nächstes mal angucken. Das geht voll viral und wird auch von extrem vielen von so News-Sendern quasi auf YouTube, ich weiß nicht, ob diesen Typ mit der Glatze und der Brille kennst, der hat darüber auch so ein Video gemacht, die dann so sagen so, ja, seht ihr? Und das passiert nämlich, wenn man keine Flüchtlinge aufnimmt und sowas. So, von wegen, ja, es ist sicher, ihr könnt in Polen, ihr fahrt da rum mit dem Fahrrad und es ist schön, hier in Deutschland ist es nicht mehr so und es wird so voll so benutzt, um so richtig zu schießen, richtig Populismus zu betreiben, ich muss das später mal zeigen, das ist voll crazy. Es wird halt so eine Rede gehalten von einem polnischen Politiker, der das halt alles so betont hat, so von wegen, ja, jetzt im Hinblick auch auf Antisemitismus, wenn das jetzt aktuell war oder wie? Boah, wie gesagt, ich hab's halt auch nur durch YouTube mitbekommen, ich hab mich damit nicht groß auseinandergesetzt, genauso wie die meisten Leute halt auch, ich hab dann halt dazu nur mitbekommen, können wir das nächste Mal thematisieren, dass halt unnummern viele so richtig darauf abgegangen sind und darüber gesprochen haben, aber mit einer Sicherheit, obwohl sie es nur genauso gesehen haben wie ich, weißt du, auch so, krass irgendwie, ich fand das echt heftig, aber das so nur zum Abschluss, ich weiß nicht, wäre wirklich spannend, wer das da war, weil Polen ja auch gerade, äh, da ändert sich ja auch enorm viel gerade, ich weiß nicht, wie sehr du das mitgekriegt hast, mit dem Machtwechsel jetzt quasi auch, ähm, okay, es gab Neuwahlen, ähm, und, es wurde diesmal, äh, also die alte Opposition sozusagen gewählt, also es wurde ein neuer, ähm, Premierminister gewählt, ähm, der von, ich glaube, drei Parteien oder so gestellt wurde, also nicht nur von einer, ähm, und der Präsident, der ja, wie auch in Deutschland, den, ähm, Premierminister ernennt, der hat einfach gesagt, nee, der, der hat einfach, ähm, das Ganze, oder zieht das Ganze gerade in die Länge, indem er einfach den, ehemaligen Premierminister, der nicht gewonnen hat, äh, einfach, äh, zunächst wieder als, ähm, Premier gestellt hat. Ja, ist crazy, ne? Also die, die, ähm, ja, die, die, äh, die neue Regierung, ist auch aktuell, also die, beziehungsweise die gerade nicht Regierung ist, ist startklar für den Machtwechsel, die, ähm, ist mit ihren, ähm, ähm, äh, Plänen sozusagen, äh, schon fertig durchgearbeitet, aber, ähm, der Präsident, und ich weiß ehrlich gesagt nicht warum, weil ich weiß auch nicht genug über die Situation, ähm, ist, äh, verzögert das Ganze, indem er sich einfach dem entgegenstellt und, äh, die nicht ins Amt erhebt. Das ist crazy. Und ein gutes Thema für den nächsten Podcast. Naja, da wird es wahrscheinlich nicht mehr so aktuell sein, aber ja. Ähm, ich glaube, damit können wir auch schon kommen. Nein, 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 finde ich nicht, weil ich, äh, ich weiß eine Stunde ist rum, aber ich würde trotzdem gerne noch ein letztes Segment sozusagen am Ende einführen. Äh, das ist ja gerade sozusagen neue Art, diesen Podcast zu machen und das wäre, dass wir aus der vergangenen Woche etwas sagen, was wir gelernt haben, ähm, was wir besonders spannend fanden. Einfach eine, eine Sache, die nicht unbedingt mit Nachrichten zu tun haben muss, aber einfach etwas, was wir, sozusagen, what's your biggest insight, ähm, von, äh, von der, von der letzten Woche. Äh, ich hätte da was, das ist nicht aus der letzten Woche, gebe ich zu, aber, äh, ich hab's dir noch nicht erzählt und ich wollte es dir unbedingt erzählen, weil ich fand's super spannend. Ähm, ich kann dir gerade gar nicht richtig zuhören, weil ich so voll drüber nachdenke. Nee, aber erzähl. Ich würde, genau, ich würde dir das jetzt sonst erstmal erzählen, dann hast du in der Zeit, nicht so richtig Bedenkzeit, weil ich würde schon eigentlich gerne, dass du mir zuhörst. Nein, ich höre dir zu. aber vielleicht fällt dir ja trotzdem dann währenddessen was ein. Wie gesagt, nicht aus der vergangenen Woche, aber ich habe mit Professor Martin Dimitrov, ähm, geredet, ähm, in meinem eigenen Podcast, äh, auf Timon Wunderlich oder Understanding the World, ähm, Martin Dimitrov, der Podcast ist noch nicht hochgeladen, aber es wird um Diktatoren geben, nämlich wie die ihre Informationen bekommen, autoritäre Regime, Regime, wie, äh, kommen die an Informationen über die Bevölkerung, weil, ähm, man muss sich vorstellen, äh, was sonst viel Informationen über die Bevölkerung gibt, das sind natürlich Wahlen, ne, äh, äh, die sagen, ja, okay, die Leute wählen so eine Person oder so eine Person und wie viele und warum, weil, äh, die eine Person steht für das, die andere Person für das, jetzt gibt es bei Diktatoren, bei der autoritären Regime gibt es leider keine solche Wahlen, beziehungsweise keine, keine, denen man vertrauen kann, bei, ähm, Scheindemokratien. Mhm. Ähm, was kann, wie kann man noch Informationen über die Bevölkerung kriegen? Das sind Umfragen. Umfragen kannst du aber auch nicht unbedingt vertrauen, in den autoritären Regimen, weil die Leute, äh, häufig d'accord sein wollen mit der, ähm, mit der Meinung der Regierung, ne, sie wollen, sie wollen sich nicht dem entgegenstellen, sie haben die ganze Zeit das Gefühl, ah, ich werde vielleicht überwacht oder ähnliches, ich meine, äh, zu, zu Zeiten von Nazi-Deutschland oder von, äh, oder in der, ähm, unter der Zeit, äh, unter der Stasi sozusagen, da traust du dich auch nicht unbedingt, wenn dir jetzt eine Staatsumfrage gemacht wird. Nee, meine ich. Ja, nee, ich finde den Staat halt scheiße, so. Klar. Das heißt, wie kommen die, ähm, an ihre, Informationen, was die Bevölkerung gut findet und was nicht? Und, äh, weil das ist trotzdem interessant für die. Es ist, man mag, man möchte vielleicht denken, äh, dass ein autoritärisches Regime, ein Diktator, äh, ein Diktator, ähm, sagt, hey, ja, was juckt mich mit der Bevölkerung, ist mir sowieso scheißegal. Aber das ist nicht der Fall. Weil man weiß, und, äh, das weiß dieser Professor, weil das untersucht hat, aber das wissen bestimmt auch diese autoritären Regime, dass, äh, die autoritären Regime, die am längsten überleben, die am längsten an der Macht sind, diejenigen sind, die natürlich auch auf ihre Bevölkerung eingehen, weil sie da nicht gestürzt werden. Also, die wollen trotzdem ein guter Staat sein für ihre, äh, Bürger. Ähm, und, so, äh, wurde in vielen autoritären Regimen, unter anderem in China zum Beispiel, ähm, eingeführt, dass, äh, man sich beim Staat beschweren kann. Man kann Beschwerde einlegen. Ähm, ich weiß ehrlich gar nicht, ob das in Deutschland auch geht, aber es ist generell in Demokratien weniger der Fall, ähm, und, äh, wird auch weniger benutzt als in China zum Beispiel, ähm, wo das extra gefördert wird, dass die Leute sich doch beschweren sollen beim Staat. Das haben, das wollen die gerne. Insofern sind sie irgendwo auch demokratisch, ne, kann man auch mal so sehen, weil sie wollen, dass sie sich beschweren. Und dann, ähm, und das ist jetzt der spannende Fakt, das, was ich am spannendsten fand, der entscheidende Faktor sozusagen, ähm, also, beziehungsweise was ganz viel daran eingespielt hat, wie lange ein autoritärisches Regime an der Macht bleiben kann, ist das Verhältnis, das ist tatsächlich einfach eine einzelne Zahl, zwischen Beschwerde und Eingehen auf diese Beschwerde. Das heißt, wie viele Beschwerden tatsächlich auch, ähm, beantwortet werden, sag ich mal. Ähm, das ist ja krankwitzig, was? Und das liegt tatsächlich bei 40 Prozent, also man kann das so genau ungefähr sagen. Ähm, China ist aktuell bei nur 7 Prozent oder ähnliches, das heißt, man würde erwarten, dass sie das wahrscheinlich noch in Zukunft ändern wollen, aber die autoritäre Regime, die ungefähr bei 40 Prozent, das heißt, äh, ungefähr 40 Prozent der Beschwerden, äh, auf 40 Prozent der Beschwerden, die eingekommen sind, auch tatsächlich reagiert haben, ähm, die waren am längsten an der Macht. Ähm, ist es egal, welche, welche von den 40 Prozent oder einfach generell 40 Prozent? Äh, generell 40 Prozent, und das ist tatsächlich eine Zahl, auf die Diktatoren selber auch gucken. Also dieser Professor hat, man weiß natürlich, er weiß natürlich mehr über, äh, Diktaturen oder autoritäre Regime als über Demokratien, weil viele Demokratien, äh, gibt es noch nicht so lange, beziehungsweise die, die es gibt, die sind noch nicht vollendet, also im Sinne von, dass die gefallen sind, weil erst dann kriegst du meistens Einsicht in die Archive, ne? Und in dieser Archive konnte er mal gucken, bei autoritären Regimen, auf die er sich ja fokussiert hat, ähm, und da kannst du tatsächlich richtig lesen, äh, da hat der Premier, meinetwegen von, ähm, sagen wir mal Bulgarien oder, äh, was weiß ich welches Land, hat dann das und das, äh, zu seinem, äh, Verteidigungsminister gesagt und das zu dem Innenminister und ähnliches, das kannst du wirklich so einsehen und die reden über dieses Verhältnis, die reden genau über diese Zahl. Das heißt, es ist wirklich etwas, was dort in der Regierung, ähm, ja, besprochen wird und, äh, das fand ich einfach super spannend und, äh, ein weiterer Faktor, also das ist das Hauptding, aber ein weiterer Faktor, der noch dazu kam, ist, äh, weil was du, warum wollen denn Regierungen, dass, äh, das Beschwerde eingelegt wird? Also, natürlich, ich hab einmal gerade gesagt, ja, wenn man auf die reagiert, dann, äh, hält sich das System länger, ähm, aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, sozusagen, wie Bürger sich beschweren können, auch in einem autoritären Regime, das wäre Protestieren, ne? Demonstrationen und die wollen wir natürlich weniger gerne, ne? Wir wollen lieber Beschwerde, weil sie anonym ist, weil dadurch die anderen Bürger nicht davon mitbekommen, dass andere Bürger auch das System vielleicht gar nicht so geil finden, dass sie auch das und das nicht so cool finden. Ähm, Proteste werden sofort erstmal direkt, äh, oder leichter wahrgenommen, ähm, und was dazu führt, dass andere sich dem vielleicht auch nochmal anschließen, ne? Und das heißt, das ist die nächste Zahl, die beurteilt wird, ist, äh, wie viele Proteste, ähm, entstehen. Ähm, und, ich glaube, das war, war das in, nee, das war nicht in Polen, ich, ich kann es dir nicht mehr sagen, leider wo es war, aber er hatte, er hatte auch in die Archive von, ähm, einem Ex-Sowjet-Land, äh, äh, geschaut, und, äh, beziehungsweise es gab ein Zitat dort von dem Premierminister, vielleicht war es doch von Polen, ähm, der gesagt hatte, hm, äh, es wird, es wird gar keine Beschwerde mehr eingereicht. Nun, was heißt das jetzt? Man könnte ja meinen, oh ja, das, das heißt, äh, alles ist gut, unser Land ist perfekt, die, die Leute haben gar kein Problem. Nein, das heißt, dass die Leute nicht mal mehr an dieses Beschwerdesystem, äh, glauben und dass die Leute schon auf der Straße sozusagen sind und das war sozusagen kurz bevor, ähm, äh, die Sowjetunion, äh, gefallen ist. So das Zitat, oder das ist kein genaues Zitat natürlich jetzt gewesen, aber so, ähm, äh, die Idee. Also wenn, wenn diese Zahl sehr gering ist, äh, die Zahl der Beschwerden, ist das nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Ja, das war, das war meine Einführung. Aber ich fand das super spannend, dass es wirklich so an einer Zahl ablesbar ist, dass man so eine Zahl klar benennen kann und dass tatsächlich bewiesenermaßen über diese Zahl geredet wird. Das heißt, wir können uns ziemlich, also über China wissen wir es jetzt natürlich nicht genau, ob diese Zahl auch im Gespräch ist, aber man kann sich sehr, sehr sicher sein, weil wenn dieser Professor, der sich speziell damit auseinandersetzt, ähm, diese Zahl so klar benennt, wenn das in, äh, Ex-Sowjet-Staaten, ähm, äh, gemacht wird, dass diese Zahl so speziell angesprochen wird und als wichtig genommen wird, dann können wir auch davon ausgehen, dass wir in China auch Leute haben, die sich ähnlich gut mit dem Thema auskennen und die auch gerade über diese Zahl, äh, sprechen und dass wahrscheinlich Xi Jinping auch etwas davon weiß. Ja, das ist extrem spannend. Ich werde gar nicht groß was dazu sagen, das wirkt ja nur klugscheißerisch, dass ich einfach nur meinen Senf dazu geben will. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen, aber es ist extrem spannend. Und wenn man sich das anschauen will, kann man ja dann deinen Podcast auf Englisch, auf Timon Wunderlich nochmal angucken, ne? Ja, noch ist er leider nicht draußen. Also der Podcast schon, aber, ähm, die Folge noch nicht. Tja, wann soll ich denn raus? Also ich habe mir da jetzt noch gar kein genaues Datum ausgesucht. Soll ich euch warten lassen? Macht doch so 15. so, um den 15. rum. Jetzt der 12. Ja, nee, nee, ich werde am 14. wahrscheinlich noch einen anderen erstmal haben. Deswegen, ich würde den so, glaube ich, nächste Woche, äh, beziehungsweise, jetzt ist gerade Sonntag, ähm, das heißt, äh, so, Ende November erst raus, äh, hochladen. Okay, dann könnt ihr euch ja schon mal drauf einstellen. Ähm, so, was habe ich gelernt? Ähm, gar nicht mal, so was langwieriges wie du, ich würde das kurz fassen, ähm, dass man KI nicht so sehr vertrauen kann. Das haben wir auch schon besprochen. Ähm, das ist aber das, was ich jetzt in der letzten Woche halt durch dieses, ähm, durch dieses Barterlebnis da rausbekommen habe. Langweilt ist dich so sehr, Timon. Haha, ah, ich höre dich jetzt auch gar nicht mehr. Shit. Nee, da bin ich wieder. Ich habe mich gemuted, sorry, mein Wecker ist gerade angegangen, dass ich nichts mehr essen soll. Also, dass man KI halt so ein bisschen mit Vorsicht genießen sollte und, ähm, da einfach jede Quelle nochmal nachprüfen muss und wirklich gucken muss, was genau wo stattgefunden hat. so, und das ist mein, meine, meine, wie sagt man, Five Cents aus der letzten Woche? Meine Five Cents, ähm, das ist deine Erkenntnis. Ja, spannend, ja, also ich meine, das, das wird auch immer wieder, also es wird ja auch am Anfang gesagt, ne, als Warnhinweis sozusagen und ich habe das auch schon mehrfach natürlich erlebt, ähm, die sind natürlich noch nicht ausgereift, diese ganzen KIs. Ich meine, Bart wird auch immer noch als Experiment dargestellt ähm, und ChatGPT traut sich auch noch gar nicht an die neuen Daten, aber sagt noch das Gleiche. Ach so, was ich vielleicht sonst noch gelernt habe. Ich habe mich mit einem Professor bei mir unterhalten, an der Universität. Ja. Und er meinte damals, Lithium wird ja irgendwie für bestimmte, ähm, psychologische Probleme eingesetzt. Ich glaube zum Beispiel für manische Episoden oder sowas, ähm, wird Lithium oder wurde auch Lithium eingesetzt. Und derjenige, der damals die Studien dazu gemacht hat, hat sich die Studien komplett, weil ich hatte mich mit ihm über Bart unterhalten und dass er mir halt Studien einfach so gegeben hatte. Und dann meinte mein Professor zu mir, das ist aber nichts Neues, das wurde immer schon gemacht. Und hat er dann gesagt, damals, der, ähm, hat er mir erzählt, damals derjenige, der gesagt hat, dass Lithium halt funktioniert, der hat einfach sich Studien ausgedacht, dass Lithium halt bei diesen Patienten hilft, obwohl es diese Studien gar nicht gab. Und dann hat man aber Lithium bei den Menschen eingesetzt und es hat trotzdem funktioniert. Aber er hatte halt quasi nur die Theorie gehabt und hat halt gesagt so, ja, okay, wahrscheinlich hilft es, weil Lithium macht das und das und das und das. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es in der Theorie funktioniert, hat aber halt, glaube ich, einfach nicht, keine Ahnung, den Bock gehabt oder die Ethik-Kommission überzeugen können, was weiß ich, hat es auf jeden Fall nicht durchsetzen können, die Studien zu machen. Und hat sich dann die Studien einfach ausgedacht. Und die haben das dann alle gesagt so, ja, gut, Clinical Trials und so, schön und gut, machen wir jetzt. Und es hat funktioniert. Also man muss Studien immer mit einer gewissen Vorsicht genießen. Ich glaube, das ist generell bekannt. Aber das ist das, was ich von meinem Professor an meiner Uni auch noch gelernt habe, was ich jetzt hier vielleicht weitergeben konnte. Der hat sich die einfach ausgedacht. Ja, ich werde das nochmal überprüfen. Das ist natürlich jetzt nur mündlich. Ich habe es jetzt nicht vorher nochmal nachgeguckt, aber das hat mir mein Professor erzählt. Also, falls es falsch ist, war die Schuld meines Professors. Ich übernehme keine Verantwortung für meine eigenen Handlungen, dass ich das für den Internet verbreite. Weißt du, so von wegen so, ja, ich bin ja derjenige, der das trotzdem nachprüfen muss. Nein, nein. Aber gut, ich habe es ja jetzt mit dem Gag hier gemacht, dass ich das so. Ist entschuldigt. Gut. Alles klar. Hast du noch was? Ja gut, dann glaube ich, sind wir durch und wir haben dieses Polen, äh, Polen, dieses Polen-Thema haben wir fürs nächste Mal und wir sehen uns am nächsten Sonntag. und wir sehen uns am nächsten Mal. und wir sehen uns am nächsten Mal.